Da hat er vorhin noch geschickt. Ach Schatzmann, lass die Kamera doch mal schicken. Sorry. Das Video ist voll unkoordiniert. Ich find's voll cool so. Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir versammeln uns hier heute wieder für... Du darfst noch nicht. Du darfst noch nicht. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Hallo. Du bist noch nicht da. Achso nein, ich bin nicht da. Das ist eine Überraschung. Wir versammeln uns hier heute für ein richtig, richtig cooles Video. Und zwar werde ich Pärchenbilder nachstellen. Aber... Nein, noch immer nicht. Aber keine normalen Pärchenbilder, sondern Instagram-Couple-Pärchenbilder. Das will ich natürlich nicht alleine machen, denn das mache ich zusammen mit meiner Freundin... Gobi! Wuhu! Wer hätte das gedacht? Ich bin auch am Start für euch, was geht. Diep, diep, diep. Ich bin hinter der Kamera so lange. Diep, 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 diep. Das werden wir auf jeden Fall hier tun. Wir haben uns genau fünf Pärchen rausgesucht und davon fünf Bilder rausgesucht. Fünf Pärchen. Fünf Pärchen rausgesucht und dementsprechend fünf Bilder, die wir heute nachstellen werden. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Folgt mir natürlich sehr, sehr gerne auf Instagram. Das ist hier eingeblendet. Ich würde mich super, super, super darüber freuen. Wirklich. Ich gebe mir extrem viel Mühe momentan bei Instagram, auf Instagram, während Instagram, wie auch immer. Folgt mir auf jeden Fall. Es ist eine Schande, das nicht zu tun. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Und zwar wird das erste Bild dieses hier sein. Schatz, kann man das gut erkennen? Ja, ja, kann man. Das ist das erste Bild, was wir nachstellen werden. Und dafür würde ich sagen, präparieren wir uns jetzt mal neue Klamotten und gehen zu der Stelle, wo wir es machen werden. Ich habe keine neuen Klamotten. Ja, ich weiß auch nicht. Brauchen wir neue Klamotten? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Können wir nicht dieselben Klamotten einfach nehmen? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt für das Bild Juli, weil das ist, glaube ich... Ein Hundegild. Nee, das ist ein Menschen-Baby, aber wir haben halt keine Ahnung. Ach so, ja. Wir lassen die Sachen an, ne? Perfekt, super. Das ist unsere erste Location vom Fernseher, meine Freunde. Ja, das ist Disney. Disney Intro, ja, auf YouTube. Perfekt. Und du musst uns helfen, du hättest das Baby, okay? Also du musst links neben mir sitzen, ich muss rechts sitzen. Ist das gut so? Ja, totally gut. Wie heißt das jetzt? Ha. Ja, es ist gut. Wir müssen wirklich richtig über uns. Ja, 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 warte, nein, warte noch. Jetzt. Jetzt? Ja. Stopp. Pausieren, ja. Und jetzt hoch. Guck mal, wie gut ich gestoppt habe. So, jetzt let's go. Ich gebe Kuss, du musst anlächeln. Ich gebe Kuss noch. Ich halte ihn doch. Komm doch mal, Juli, und dachte mir so, hey, mein Schatz. Das war doch nicht voll gut. War das gut? Ich habe das gut geworden. Schreibt auf jeden Fall zu jedem Bild eure Meinung in die Kommentare, wie gut wir das gemacht haben. Immer von einer Skala 1 bis 10. Aber eine Skala... Ah! So, das nächste Bild werdet ihr jetzt hier sehen. Genau, dafür brauchen wir auch Hüldi. Und wir haben leider keine graue Decke, deswegen muss eine pinke herhalten. Aber das werden wir ausprobieren, versuchen nachzustellen. Ich bin natürlich nicht schwanger, ne? Aber wir denken uns das einfach malzelt. Der Bauch sieht schon ein bisschen so aus. Jetzt liegst du hier so schwanger vor mir. Ja, genau. Also ich bin natürlich nicht schwanger, Leute. Komm her. Aber du musst jetzt aber eigentlich ein T-Shirt anhaben. Hast du unter dir ein T-Shirt an? Ja, natürlich. Dann zieh mal die Paloma aus. Ich muss an deine Beine. So, erstmal der Hund kommt hier hin. Der kommt auf die linke Seite. Ich komm so. Soll ich den Bauch dann auch frei machen? Und den Platz. Vielleicht kann ich den ja irgendwie bearbeiten. Und jetzt streck richtig raus. Jetzt halt. Voll schwanger, der Bauch. Du hältst so. Okay. Und dann noch einen an deinen Hund. Und go. Und ich halte... Warte. Ja. Ich muss meinen Arm... Achso. Ja, okay. Und go. Warte, wie guckt er denn? Wie guck ich denn? Ich guck dir. Ja, okay. Julia, perfekt. Ja, perfekt. Hallo, also wenn das nicht eine 10 vor 10 ist, dann will ich sie auch nicht. So, jetzt ob jetzt hier. Aua, streck doch nicht den Hintern in der Mond ins Gesicht. Da hat er vorhin noch geschissen. Was ist das? Ey, jedes Mal klingelt es, wenn wir Videos drehen. So, das nächste Bild wird dieses hier sein. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Das sieht einfach aus. Schüttelein. Achso, ja. Ich küsste höher. So, ich muss quasi hier eigentlich nur... Ich hab aber nicht so ein XXL-T-Shirt. Mein T-Shirt ist so ultra kurz. Das Problem ist halt, Leute, wir haben halt nicht so... Also ich hab keine braune Hose. Aber eine Cap, du Rose Cap. Komm, mach wenigstens das. Cap. Schatz. Okay. So. Ich mag das Hort. Kennst du das nicht? Nee. Mach du auch mal. Ich schwere, mach mal. Das hat ja Spaß. Aua. Aua. Komm, jetzt halt dich rum, Junge. Okay. Oh, ich hasse es so sehr, bei diesem Typen auf ruckgepackt zu gehen. Los. Guck mal, wie der sich immer hinstellt. Jawohl, damit du es leichter hast. Nein, ich hab gerade. Hä? Eins. Ich mach ein Stück rüber. Eins, zwei. Aua. Junge, damit du es leichter hast. Nee. Mach dir jetzt ruckgepackt. Nein. Dann kipp mir nach hinten. Nein. Niemand kippt hin. Abhin kipp mir nach hinten, du Dudu. Nee. 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 Spring doch einfach hoch. Junge, ich bin kein Känguru. Ich kann auch nicht anstatt 2 Meter springen. Deswegen sag ich es hier runter. Ich schwöre, ich bin nützlich. Die nächsten 2 Sekunden da drauf. Nachlich. Oh, du bist, Alter. Ich schwöre. Aaaaah. Meine Fresse. Das ist so gut. Los jetzt. Warte, die Füße sind so. Ja. Und so. Okay. Du musst einfach an die Kamera lächeln. Tching. Gott sei Dank, Alter. Woooo. Ach, ich hab noch gar nicht gedacht, was jetzt für ein Bild kommt. Oh nein. Jetzt kommt ein super special Mechelbild. Und zwar von den Pärchen, das verfolgen wir schon richtig, richtig lange. Die sind wirklich super cool, die sind richtig stylisch. Die sehen beinahe einfach Bombe aus. Und da dachte ich mir einfach, komm, das Foto müssen wir einfach nachmachen. Und zwar ist es dieses hier. Vor allen Dingen Bombe aussehen. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gut aussagen. Das ist ein altes Foto von uns und zwar vor genau fast einem Jahr. Ja, 19. Dezember 2018. Wir dachten uns, das wäre doch vielleicht eine coole Serie oder eine coole Videoidee, wenn wir irgendwann mal ein Video drehen, wo wir nur alte Fotos von uns nachmachen. Aber vielleicht auch so richtig, richtig alt von 2015 oder so. Wäre cool, oder? Wäre cool. Also habe ich mir jetzt gerade noch spontan überlegt. Wäre cool, wäre cool. Wäre cool. Okay, jetzt haben wir uns gedacht, wenn ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, Hashtag Oldschool. Dann wissen wir Bescheid. Und da dieses Foto natürlich von uns entstanden ist, haben wir natürlich auch die passenden Klamotten. Mein Pullover nicht mehr, aber seine Jacke. So. Let's go! Pass auf, du hältst es in meinen beiden Händen. Ja, perfekt. Halt ich das so? Ja, so. Ja, genau. So. Perfekt. Und dann so. Guck mal, da haben wir sogar auch dieses schwarze Armband. Ja, hier. Deinen sieht man aber nicht, ja. Achso, okay. Von der lieben Jessie. Richtig süß, haben wir immer noch. Okay. Ring auch noch an. Es ist warm in der Jacke, kannst du dich beeilen? Süß. Okay, aber guck mal, du lächelst auch so richtig süß. Das machst du heute gar nicht mehr. Ich weiß, doch. Okay. Ich habe das Gefühl, dass es früher süß war. Das war perfekt. Okay, dann das nächste Foto und damit auch das letzte Foto ist dieses hier. Ach, Schatzmann, lass die Kamera doch mal schicken. Sorry. Das Video ist voll unkoordiniert. Ich finde es voll cool. Voll wackelig. Leute, schreibt mir rein, findet ihr es cool, wenn es so unkoordiniert ist oder mehr so koordiniert? Wer koordiniert? Wer mag unkoordiniert? Ich mag unkoordiniert. Schreibt es mal rein. Ich mag koordiniert. Ja, dann passen wir wohl nicht. Oder so. Los jetzt. Wir brauchen eine Tafel Schoki, haben wir eine Tafel Schoki. Was? Wofür brauchen wir eine Tafel Schoki, Schatz? Bei der Bewegungsradius, den du hast, kann ich auch keine Kamera für machen. Okay, pass auf. Dann mache ich jetzt so. Oh. Wir brauchen eine Tafel Schoki. Oh, wo gucken wir denn da rein? Am besten hier. In unsere super aufgeräumte Stichentenschuppe. Wir haben keine Schoki. Hast du die Schoki aufgegessen? Ich esse keine Schoki. Ich habe letztens noch eine ganze Tafel Schoki gehabt. Ich esse keine Schoki. Ich wollte Schokofondue machen. Ich wollte Schokofondue machen. Ich wollte jetzt mal gucken. Ah, ich habe sie gefunden. Aua, Mann, Schatz. Die jute alte, ja, Alpenvollmilch. Schmeckt am besten. Aua, Mann. Ich liebe dieses Video. Ich will das so machen, ey. Leute, guck mal, wie ich das Stativ durch die Gegend trage. Einfach hier mit so da unten. Hallo. Jetzt hör auf zum Naschen. Mann, wohin müssen wir hoch? Na, komm mit, Leute. Komm rein, ist unser gutes Gemach. So, wo müssen wir hin? Aufs Bett? Boah, ja, wir lagen mir kein Video mehr gerichtet. Früher habe ich einfach jedes meiner Videos auf diesem Bettchen gedreht. Weißt du noch? So Online-Bestellen-Videos und so meine Schmink-Schmink-Videos. Soll ich mir mal verraten, wie oft im Bettdecker einfach versaut war, so meine Schmink-Videos. Du brauchst ein weißes T-Shirt und nein, alle das schon in den Kuse. Auf drei sind wir umgezogen. Eins, zwei, drei. Hey! Und zack sind wir umgezogen. Ich glaube, dieses Mal ist das das best umgezogenste Bild, das wir bis jetzt gemacht haben. Weil so gleich sahen wir bis jetzt noch nicht aus. Ja, ne? Ich habe ein weißes und beide haben ein schwarz-haltes Jogginghose beziehungsweise Leckings. Ich habe aber keinen drei Streifen. Ja, super. Du machst das Ganze wieder kaputt. Du darfst mich aber... Scheiße, du darfst mich nicht... Ja, nicht fallen lassen, ich weiß. Nein, guck mal, du darfst mich nicht zurück, weil sonst fliege ich vom Bettchen. Ja, ich weiß. Okay, warte doch mal kurz. Schokolade in der Hand und ein Stück steckst ihm... AHHHHH! Das machst du sogar! Ich hab dich! Los! Ich hab alles! Schatz, mein Blut! Ich hab dich... Was denn? Ich muss doch erst die Tafel Schokolade aufmachen. Nein, musst du nicht... Schaatz! Du musst dich nicht aufmachen. Ich muss ja noch ein Stück Schokoi in den... Nein, das machen wir nicht, Alter. Die halten sich nicht an den Händen. Krass, okay. Guck mal. Schatz, bitte halten sich an den Händen. Nein. Gib mir nur die Reste zu dir, Schatz, bitte. Nein, wir haben es doch gerade geschafft ohne Hände. Go! Lehn dich einfach nach vorne. Stopp! 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 Hilfe! Mutti! Oh, Gottes Willen! Schreck durch! Körperspannung, Mann! Mach du Körperspannung! Ich hab das! Schach! Ich bin zurück! Ich bin zurück! Ich bin zurück! Ganz kurz! Nein! Nein! Was ist denn, Alter? Du wirst nur eine Sekunde noch dahin gucken müssen! Okay, lass uns ein bisschen mehr nach da rutschen! Nein! Wir müssen genau so bleiben jetzt! So bleiben! Aber die sind doch... Die liegen auf der Couch! So bleiben jetzt! Die liegen auf der Couch! Warum mussten wir denn ins Bett? Was? Ich dachte, wir würden ja betun! Mann, ein mieses Mietchen! Egal, los! Schatz, du darfst mich nicht nach da hin! Nein! Ich kann bei meinen Genick durchziehen! Und dann musst du damit leben, ob du mich auch gemüssen hast! Lebe ich dann wohl! Muss dann wohl sein! Okay, pass auf! Ich kippe jetzt einfach nach vorne, okay? Ja! Hey! Körperspannung, eins! Du darfst doch nicht! Ich muss doch auch! Ich kotz dich auf dich drauf! Los jetzt! Füß hoch! Mann, mach doch! Ich glaube, das sieht genauso aus! So, das war auch schon das letzte Bild! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Genauso wie mir! Ich hoffe, das Video war nicht zu chaotisch für euch! Ich glaube schon! Ich drehe schon durch, wenn ich an den Schnitt denke! Das war viel zu viel hin und her! Egal, möchtest du noch neben mich kommen? Nein! Ich verabschiede mich so! Tschüss! Wir verabschieden uns so! Wir hoffen, es hat euch gefallen! Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da! Vergiss nicht in die Kommentare zu schreiben! Hashtag, was hatten wir? Outschool! Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir nur alte Fotos von uns nachstellen! Und ja, folgt uns ja gerne noch auf Instagram! Und dann würde ich sagen, Glocke abonnieren! Aktivieren! Mich abonnieren! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video! Ich habe euch gerne so eine Liebhörfrau zu zoomen! Mua! Tschau! 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 Ich Ummm... Schöp! Mua! Gucke ich mir alles übel! Noo... Also bis zum Nikos Tömos przedmach 저녓